Hallo zusammen, es ist Mittwochabend, 15. November, 17.36 Uhr. Bevor ich zum DAX komme, habe ich hier noch so ein paar Ideen und vielleicht so ein paar Trading-Tipps. In VW, Bayer, TUI und Alibaba. Das ist mir da aufgefallen, das sind so ein paar Dinge, die halte ich auch für wichtig, sollte man vielleicht mal irgendwie kundtun. Das eine ist hier VW. Tagesschart. Und nur, dass ihr seht, wo dieser Trend hierher kommt, hier oben, der ist also das Böse. Das ist wirklich böse. Vom 13.05.21 Uhr, da war der Wert bei 250. Einfach nur treppenförmig immer runter. Schon brutal. Und dieser Trend, der liegt jetzt also hier oben bei im Moment 15, 115. Worum es mir geht, ist ja alles noch ein bisschen schöner gemacht. VW und alles, was Auto heißt in Deutschland, ist nicht wirklich in aller Welt Munde. Will eigentlich momentan keiner haben. Aber ich vermute, dass es sich hierbei um eine Bodenbildung handelt, die schon fertig ist. Wir machen heute folgendes. Wir schließen oberhalb des Bandes. Die Technik ist weiterhin positiv, wenn gleich sehr hoch, aber da komme ich gleich zu. Das sieht so aus, als ob wir wenigstens diesen Punkt hier jetzt erstmal sehen. Das ist jetzt erstmal nicht viel. Das ist ein 115 ungefähr. Das ist da, wo dieser Trend verläuft. Aber da muss man genau gucken, was das macht. Also das ist für mich kein Short mehr. Und das Interessante, wenn man reinkommt, ist, man macht hier so eine Art Boden. Ich habe hier auch einen kleinen Umbrella Doji, den kleinen Bruder vom Hammer. Dann geht jetzt der Freund hoch, macht so eine kleine Atembewegung. Und in dem Moment, in dem er über dieses Mini-Zwischenhoch drüber geht, das war bei 106,5, 106,30, dann wird er freier. Dass er jetzt heute gleichzeitig die VW über dem Band geschlossen hat, er achte sich auch weiterhin als positiv. Ob er die kauft oder nicht, überlasse ich euch. Aber zumindest für mich ist das kein Short. Sei denn irgendwo passiert, geopolitisch irgendwas Wildes. Und ja, die sind überkauft. Aber das werden wir auch gleich beim DAX sehen. Der Oszillator ist in solch schnellen, harten, heftigen, großen Bewegungen. Beim DAX fand es ja 7,5 Prozent. Beim Nasdaq 13 ist der völlig überfordert. Da kann der nicht weiter. Der hechelt. Während der Trendfolger immer noch positiv ist. Also das ist einfach nur, wenn man sagt, oh ja, das sieht aber jetzt schon alles technisch. Ich mache mal die beiden Tage hier weg. Oh, das ist jetzt aber technisch hoch und so. Das sieht nicht so toll aus. In dem Moment, in dem er einen wichtigen Chartpunkt nimmt, und das ist der bei 106,30, gerät die Technik ins Hintertreffen. Der Chart ist immer wichtiger als die Technik. Immer. Dann habe ich die Bayer. Wo sind denn die Bayer? Das sieht auch nach einer fertigen Bodenbildung aus. Diesen Chart kennt er. Wir haben erneut da drauf aufgesetzt. Das hätte ich mir eigentlich hier nochmal so zurückkommen. Ich mache es mal größer. So steigen und zurückkommen. Das hätte ich mir eigentlich für den DAX auch erhofft. Der Herr Schmidt, der bei mir ab und zu unter dem YouTube-Champen nennt, das zweite Standbein. Okay, von mir aus. Doppelboden, wie auch immer. Das hätte ich mir beim DAX auch erhofft. Ja, aber wir kommen gleich zum DAX. Aber das ist eigentlich jetzt hier auch ein recht schöner Doppelboden und geht auch hoch. Hier im Gegensatz zu VW, bei der die Technik eben, der Oszillator hier oben war, fängt die jetzt erst an zu drehen. Das gefällt mir ganz gut. Es stabilisiert sich über das MACD. Aber der eigentliche Kaufpunkt, deswegen habe ich mir hier Alert 4260, ist dieses kleine Zwischenhoch. Das ist gleichzusetzen mit dem, was wir eben hatten bei VW mit 106,30, 106,40. Ich habe eine Position, ein bisschen größer als Schnüffelstücke. Ich habe 37er Scheine genommen, aber ich werde die auf jeden Fall aufbauen, wenn wir hier drüber gehen. Über die 42,53. Das war so als Trading-Tipp. Das ist das letzte Zwischenhoch. Wenn das überboten ist, dann ist der Wert freier. Erstmal den Bereit 45,65. Dann habe ich, ich handel sie nicht gerne, ich glaube, ich habe das letzte Mal vor zwei Jahren gehandelt, TUI. TUI ist auch so eine ähnliche Geschichte. Auch hier, wir haben hier durch einen Hammer eingeleitet, eine Bodenbildung. Das ist so eine richtig schöne Untertasse. Eine Bodenbildung. Wir sind über dieses Zwischenhoch gegangen bei 5,28. Jetzt waren sie aber auch heute schon bei 5,65, irgend so was. Der nächste Widerstand ist der hier, 5,76. Auch hier, die Technik ist hoch. Aber es ist egal, wenn wir so ein Zwischenhoch rausnehmen und der Markt wird freier, oder der Chart wird freier, dann auch hier ist die Technik, wir werden es gleich genau im DAX sehen, ist dann ein Gerät ins Hintertreffen. Auch hier Bestätigung über ein weiterhin positives MACD. Grundsätzlich Ziel, so was wie 200-Tage-Linie, die sich alle auch hier verbindet mit diesem, ach so, nee, erst mal hier die 6 und dann hier die 6,40. Immer wieder auf diese Hammer achten, genau wie hier, das ist so wichtig. Ali Baba, habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr drauf geschaut, aber das ist dann auch so eine Geschichte. Dreht auf Tiefniveau hier hoch, dreht nochmal über das MACD, hat sich jetzt hier gefangen um die 75 rum, 75,5. Und auch hier liegt, das sind die Punkte, auf die ich achte, darum geht es eigentlich in diesen paar Minuten hier vorm DAX. Über der 81-Schlusskurs werden die freier. Dann haben wir zwar hier dann wieder die 200-Tage-Linie, aber ich gebe nicht so viel auf die, sondern wir haben hier diesen Chartpunkt und der ist bei 83,53. Verglichen mit allen anderen Werten ist so ein Ding wie Ali Baba ziemlich zurückgeblieben. So und jetzt gehen wir in den DAX. DAX. Hier ist er. Ich musste jetzt hier ein bisschen, ein paar Zeichnungen rausnehmen. Erinnert euch, hier waren wir dieses A, B, C und so weiter, habe ich rausgenommen. Denn seit gestern, mit Überbieten von diesem Punkt hier, das war das letzte C, ist der Markt, oder andersrum, ist der Downtrend, den wir haben, hier von Ende Juli ad acta gelegt. Der Downtrend ist beendet. Ob daraus gleich ein Aufwärtstrend wird, das weiß ich nicht. Würde ich eigentlich nicht davon ausgehen. Ich hatte es auch letzte Woche da am Samstag bei NTV gesagt, nur wenn ein Downtrend unterbrochen oder gebrochen ist, heißt das noch lange nicht, dass jetzt hier ein Aufwärtstrend entsteht. Das heißt es nicht. Es ist einfach nur, der Downtrend ist fertig erledigt. Deswegen habe ich jetzt hier diese ganzen ABCs rausgenommen. Die Leitplanken kann ich zumindest, die hier kann ich also auch rausnehmen. Die ist weg und die, da müssen wir erstmal wieder ordentlich fallen, bis wir die sehen. Das heißt, der Chart ist bei mir sauber. Was ich drin lasse, ist dieser Downtrend, den wir haben, oder diese Trendlinie, die wir haben seit dem 31.07. Weil ein Back-to-Breakout ist eigentlich oftmals der Fall. Und da sind wir so ganz grob bei 15.300 im Moment. Und die fällt ja weiter. Was haben wir gemacht? Wir sind über dem Band, haben wir gestern geschlossen, heute auch nochmal, wir haben sogar die 200-Tage-Linie rausgenommen. Ich, nochmal, ich gebe überhaupt nichts auf die 200-Tage-Linie. Wenn ich das mal so über ein paar Jahre verfolge, frage ich mich ernsthaft, wo hat die jemals wirklich eine Rolle gespielt? Das ist für mich nichts anderes als, tja, eine optische Unterstützung. Aber das ist auch alles. Ich habe die nicht meinetwegen drin, sondern euretwegen, weil dann immer einer kommt und sagt, hier ist doch die 200-Tage-Linie. Von mir aus, ich würde das niemals als Handelspunkt nehmen. In diesem Fall ein Zufall, weil wir haben hier auch das obere Band. Dadurch also, dass wir diesen Punkt hier gebrochen haben, das waren die 15.575, ist der Downtrend nach Dow erstmal fertig, unterbrochen, erledigt. So, und jetzt komme ich hier zu diesem Überkauftsein. Hier gilt der DAX schon vom Oszillator als überkauft. Da sind wir da. Da sind wir bei 15.100. Kommt eine kleine Korrektur und dann zieht er weiter. Und durch das Überbieten von der 15.575 zieht er dann weiter. Da liegen viele Stops und viele sagen, oh, da darf er nicht drüber und wenn er drüber geht, dann... Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt hier eine Kaufpanik ist oder sowas, aber momentan spricht alles mehr für die Käufe als für Verkäufe. Also, natürlich kann man mal in Short gehen, muss aber damit rechnen, dass wir im Moment stehen wir bei 15.734, dass der auch noch eine 15.850, 950, von mir sogar eine 16.000 sieht. Dieser nächste wirkliche Widerstand ist die 16.050. Also, ein bisschen aufpassen mit dem Oszillator, das funktioniert nicht immer so, truff dran, drüber oder hier, kurz drüber und runter. Beim Nasdaq, nur um das mal zu zeigen, und da habe ich mich ja echt voll verhauen, das hatte ich überhaupt nicht gesehen. Beim Nasdaq oder der Nasdaq, die Nasdaq, gilt als überkauft seit 14.960. Und da haben wir jetzt nochmal 900 Punkte draufgelegt, seit diesem Punkt, wo hier die Maus ist. Und guckt euch das ja an, wie das oben auf höchstem Niveau abflacht. Und also, der kann nicht weiter, der kann nicht auf 101 oder 105 oder so, das geht beim Oszillator nicht. Das ist ein in sich schwankendes System von 0 bis 100. Und keine 105 und keine minus 5 oder so, geht nicht. Das heißt, von hier an gelten wir als überkauft. 900 Punkte, warte mal, war denn das hier? Ne, da. 900 Punkte, das ist viel. Deswegen, Oszillator ist im Moment kein guter Ratgeber. MACD weiter positiv und so. Deswegen jetzt mal hier zurück. Nur um das nochmal dann zu erklären. Das war jetzt der falsche. Moment. Ich muss auf den hier gehen. Na, komm her. So, hier ist er wieder. Also von daher, der DAX ist kurzfristig freier. Ich werde ihn hier nicht mehr kaufen, das mache ich nicht. Nicht nach den 7,5. Beim DAX, beim Nasdaq waren es 13%. Ich mache das nicht, aber der kann auch einen drauflegen nach oben. Ich konzentriere mich weiter auf die Einzelwerte und da habe ich jetzt eben ein paar genannt, wo ich Ideen habe. Da gucke ich mehr drauf, als dass ich auf den Index schaue. Wir sind vom MACD auch auf höchstem Niveau. Und dieses Niveau haben wir im MACD seit, ich glaube, seit drei Jahren nicht mehr erreicht. Also der Abstand zwischen diesen beiden Linien. Das sieht grundsätzlich in Ordnung aus. Gibt es nicht zu meckern. Unterstützung ist jetzt für mich hier dieser Downtrend, gefolgt von der 20-Tage-Linie bei 15.070. Ich habe euch das diesmal ein bisschen anders gemacht mit den Scheinen. Die habe ich angepasst. Die sind auch ein bisschen neuer. 14.904 und 15.105. Die, das sind, ich meine, das waren die gleichen wie vom Freitag. Hier habe ich ein bisschen rumgespielt. Und zwar, ich habe ein paar Mails bekommen, ja, nenn doch mal ein paar heißere Scheine. In Gott's Namen, ihr habt einen heißeren Schein. 16.104. Da sind wir jetzt gerade mal, wo sind wir denn da? 260, 364 Punkte von weg. Hat im Moment einen Hebel von 41. Wer es heißer will, kann das machen. Das ist jetzt kein Put, wo man sagt, ich kaufe den und gucke morgen mal drauf. Das ist einer, wenn wirklich hier ein Verkaufsignal entsteht. Vorher nicht. Vorher ist das, der kann komplett auf Null laufen. Sprich, genockt werden. Deswegen schauen wir ganz kurz nochmal hier auf 4 Stunden. Auf 4 Stunden, na komm her, ist das jetzt schon 4 Stunden? Ne, das ist 4 Stunden. Auch super hoch. Hier flacht es ein wenig ab. Das ist aber noch nicht sowas hier. Also das sind alles noch gleich lange Histogrammbalken. Natürlich ist der hoch, hangelt sich an dem oberen Band runter. Ich habe noch kein Verkaufsignal bei 4 Stunden. Und über die Stunde, kann man schauen. Ja, das ist fies. Das ist das, was die Stochastik so schwierig macht. Das kurz mal drunter tauchen, wieder drüber, wieder drunter tauchen, wieder drüber. Und drunter und drüber. Das ist ganz, ganz schwierig. Muss man momentan auffassen. Gefällt mir vom MACD her nicht so. Sieht so ein bisschen flacher aus. Aber für ein Verkaufsignal reicht es allemal noch nicht. Ich denke, ein Verkaufssignal entsteht erst, wenn wir unter der 15.650 sind. So dieser Bereich hier. Dann ist das soweit. Und bis dahin muss man auch warten mit so einem Put hier. Weil sonst, das passiert momentan mit Sicherheit ziemlich oft. Oh, wir sind 200 Punkte gestiegen. Ah, ich kaufe mal einen Put. Oh, scheiße, jetzt sind wir noch 100 Punkte gestiegen. Dann mache ich den halt zu mit Verlusten. Ah, nochmal 100 Punkte. Ich mache wieder einen. Das geht schief. Die sammeln sich dann alle schön nach oben. Das heißt, hier muss man wirklich warten auf ein Verkaufssignal. Wenigstens auf 4-Stunden-Ebene. Und das habe ich zumindest noch nicht. Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading. Und für die Beute. Baba.